Hallo zusammen, mit mir ist Björn von Atlassian, mein Name ist Alexander Post von Avenger. Heute wollen wir darüber sprechen, wie Atlassian-Partner dir dabei helfen können, Jira-Line einzuführen, um agil zu skalieren. Das erste Thema, was ich dir direkt fragen kann oder womit wir beginnen können, ist, warum sollte ich Jira-Line nutzen, um überhaupt Agilität in Unternehmen zu skalieren? Das ist eine super Einstiegsfrage übrigens. Agilisierung auf Enterprise-Ebene ist ein super komplexes Thema. Also wir reden ja nicht nur von Teams von Teams, sondern Teams von Teams von Teams und viel, viel größere Installationen. Und wir haben Atlassian-Kunden, die mit 10.000 oder 20.000 Entwicklern an einem Produkt arbeiten oder in einer Produktwelt unterwegs sind. Und das geht halt nicht mehr ohne Tool-Unterstützung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man braucht an der Stelle ein Tool, das einen unterstützt, diese vielen Teams über viele Ländergrenzen hinweg und über Produktfamilien hinweg aneinander auszurichten. Und das muss auf eine Weise passieren, dass die Teams dabei intuitiv, agil weiterarbeiten können. Jira-Line setzt an der Stelle an und hilft dabei, aufzusetzen auf dem, was die Teams idealerweise schon im Jira machen. Und skaliert das um viele Ebenen nach oben, damit eben auch Entwicklungsumgebungen mit 10.000, 20.000 Entwicklern und mehr zusammenarbeiten können, in dieselbe Richtung arbeiten und eigentlich auch wissen, warum sie an Dingen arbeiten. Das ist ja auch nicht unwichtig. Stimme ich dir voll zu. Kommen wir doch gleich zur Einführung dann. Ihr habt sicherlich schon etliche davon begleitet. Lass uns den Teilnehmern der Veranstaltung doch mal erklären, was darf so ein Kunde denn erwarten, wenn Jira-Line eingeführt wird von Partnerseite? Du hast es schon einleitend gesagt, Jira-Line ist ein sehr komplexes Thema. Also das ist ein Tool, logischerweise, was bei dem ganzen Prozess unterstützen soll. Und wir stellen ja jetzt nicht einfach das Tool hin, die Lizenzen bereit. Es fängt ja dabei an, dass wir überhaupt erst mal vorstellen, welche Möglichkeiten bietet Jira-Line. Darüber hinaus ist es dann auch noch schwierig, wie fängt man damit an? Wir haben, du hattest es eingangs auch erwähnt, wir haben ganz viele Teams. Wir können nicht einfach sagen, zack, hier, fertig und leg los. Das bedeutet, üblicherweise gibt es ein Jumpstart-Programm, wo wir jetzt beispielsweise sagen, hey, hier ist ein Anfangsteam, wir zeigen das Tool, wir machen Trainings mit dem Team, um überhaupt einen Einstieg in die Methodik oder das Tool, um die Methodik zu unterstützen, überhaupt anzubieten. Zusätzlich müssen wir natürlich auch vorneweg anfangen, im Unternehmen für dieses Tool zu werben. Das heißt, wir zeigen natürlich, welche Möglichkeiten gibt es damit. Wir zeigen auch, wie man dann wirklich zum Ziel kommt, also eine Roadmap für die Implementierung. Und das Ganze dabei unterstützen wir auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch etwas, was wichtig ist bei so einem großen Projekt. Das heißt, ihr seid richtig hands-on dabei mit Coaching, Trainings, Anpassungen, wo nötig? Alles. Also von der Anfrage hin bis wirklich Live-Gang sind wir dabei. Wir versuchen natürlich, möglichst den Kunden so weit vorzubereiten, dass er in der Lage ist, das dann selber auch zu administrieren und auch einzuführen. Aber gerade am Anfang ist es natürlich eine große Herausforderung. Und da sind wir bei jedem Schritt dabei. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, ein Partner ist jetzt hier eine super ideale Welt, weil ihr als Produkthersteller verkauft jetzt erstmal das Produkt und die Einführung von Jira allein. Wir kümmern uns ja aber auch vielleicht schon im Vorfeld um die Administration von Jira Software, um Confluence etc. Das heißt, im besten Fall kennen wir das Unternehmen schon bzw. können auch bei dem anderen dann helfen, um überhaupt die Verbindung zwischen Jira allein und Jira dann herzustellen. Ja. Wir bei Atlassian achten immer drauf, es gibt Product, People und Process. Und wenn diese drei Dinge gut miteinander harmonieren, dann kann so eine agile Transformation sehr, sehr gut funktionieren. Das muss man natürlich auf die Straße bringen, nicht? Da stimme ich dir voll zu. Das ist natürlich auch nochmal ein gewaltiger Vorteil, wo wir als Partner super unterstützen können. Wir sind zum Beispiel Scaled Agile Partner. Das bedeutet, wir können nicht nur Atlassian Tools administrieren, wir können auch dabei helfen, das Unternehmen, also den Change im Unternehmen aktiv zu unterstützen. Sei es jetzt grundsätzlich zu sagen, hey, so funktioniert Change Management bis hin zu, hey, ich habe keine Ahnung, wie Safe funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie Less funktioniert. Vielleicht weiß ich noch nicht mal, wie Scrum funktioniert. Und all das können wir auch trainieren, um überhaupt vorbereitet zu sein, um so ein Tool wirklich einzusetzen, um damit dann auch zu skalieren. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da machst. Jira allein ist ja eigentlich Terminologie und Methodik agnostisch. Also ich kann Less machen, ich kann Scrum auf Scrums machen, ich kann Safe machen. Das kann ganz viele Dinge eigentlich tun. Und deswegen ist es, wenn man es pur installiert und hinstellt, auch wirklich ein Tool. Und es fehlen die anderen beiden Ebenen, Produkt, neben dem Produkt, nämlich Prozess und People. Und die müssen richtig mit aufgereiht werden, damit das funktioniert. Definitiv. Vielleicht kannst du mir da auch ein bisschen erklären oder das Publikum dann auch erklären. Ich hatte ja eingangs erwähnt, wir machen ein Jumpstart-Programm. Das nennt sich Production Jumpstart. Kannst du vielleicht mal ausführen, was es ist und was der Kunde sich darunter vorstellen kann? Da könnte ich natürlich jetzt stundenlang darüber erzählen, was der Jumpstart ist, weil da ganz viele Dinge gemacht werden und viele Dinge vorbereitet werden müssen. Grundsätzlich kann man sich das als Anwender so vorstellen. Jira allein setzt auf Jira auf und aggregiert Projekte, Programme, Tickets, Arbeiten, die getan sind, Dinge, die noch getan werden müssen, nach oben und bietet eine ganz große Struktur nach oben hin, um Dinge zusammenzuführen. Und das ist ja was, was viele Anwender sich in Jira am Anfang unter Umständen selber gebaut haben, mit Custom-Tickets und Custom-Hierarchie-Ebenen und so weiter. Und dafür gibt es jetzt ein Tool, das das richtig kann und das das von Haus aus soll, das zu diesem Zweck eben auch gebaut ist, um diese Ausrichtung hinzubekommen. Von dem kleinsten Subtask irgendwo in einem Jira-System zu einem riesigen Strategic Initiative auf Enterprise-Ebene, wo ein CTO sagt, das hätte ich gerne oder das finde ich eine gute Richtung, in die wir gehen sollen. Jumpstart soll den Kunden möglichst schnell in die Lage versetzen, einen ersten Release-Training zu starten, wenn man safe macht, oder ein erstes Programm Income Planning zu machen, oder überhaupt ein erstes Programm starten zu können und das fertig zu machen. Also so eine Art POC, wenn man das in anderen Sprech zusammenfassen will. Ja, könnte man so sagen. Es geht ein bisschen drüber hinaus, wenn man halt wirklich vollständig arbeitsfähig ist. Das ist der größte Unterschied, richtig. Also danach ist das Team wirklich in der Lage zu arbeiten. Wenn der Jumpstart durch ist, habe ich ein Programm mindestens, das vollständig mit dem Tool arbeiten kann, wo alles dafür eingerichtet ist, dass die eine Roadmap haben können, dass die Vorhersagen treffen können, was die in zwei, drei, vier Programminkrementen vielleicht mal angehen wollen. Auch so tentative Geschichten, wo ich sage, machen wir vielleicht, haben wir vielleicht Zeit für und sowas. Das kann ich da alles reinbringen. Und da sind ganz viele Aspekte in dem Jumpstart drin. Viel davon hat damit zu tun, den Kunden und das System vorzubereiten, die Einstellungen vorzubereiten, dass der Kunde optimal damit arbeiten kann. Da ist auch viel Transferleistung zu erbringen von dem Partner, der den Jumpstart dann durchführt, nämlich sich anzugucken, wie arbeitet der Kunde heute und wie wird er in Zukunft mit dem Tool arbeiten und wie kann man das möglichst gut rüberbringen. Und ja, von Einstellungen von wie heißen die Ebenen oder wie sollen die Tickets heißen bis hin zur Anlage von Programminkrements und Verlinkung von Sprints und den Connector nach Jira einstellen. Da sind ganz, ganz viele Dinge zu tun. Und nichts, das will ich auch nicht verschweigen, ein bisschen Cleanup im Jira ist wahrscheinlich auch nötig. Ich glaube, wenn man ganz viele Teams hat, die bisher sehr autark gearbeitet haben und die sich eigene Status und Workflows und eigene Arbeitsweisen ausgesucht haben, ein Stück weit müssen die miteinander kompatibel sein, damit man eine vernünftige Teams-of-Teams oder Teams-of-Teams-of-Teams-Agenität eben machen kann. Und dafür ist der Jumpstart da. Man ist dann imstande, nach diesem Programm mit einem ersten Programm slash train vollständig in dem System zu arbeiten, hat genug Grundlagenverständnis, um das auch in bestimmten Bereichen dann selber weiter zu adaptieren und weiter zu nutzen. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass ihr die Kunden dabei ja unterstützt. Atlesting hat ja ein ganz großes Partnernetzwerk, eben aus diesem Grund, damit Kunden auch ganz individuell geholfen werden kann bei solchen Dingen. Warum empfehlt ihr Kunden, das mit euch zu machen? Naja, ich kann eigentlich nur aus der Erfahrungsseite berichten, was die Kunden uns dann sagen, warum sie dann letztendlich uns gewählt haben. Der Vorteil, den wir ja mitbringen, ist zum einen, dass wir wahrscheinlich schon den Kunden betreuen oder ein anderer Partner. Sollte das jetzt aber nicht der Fall sein, haben wir natürlich die lokale Nähe. Das bedeutet, wir können wirklich vor Ort kommen. Auch in der heutigen Zeit ist das manchmal ein bisschen einfacher, die Leute wirklich anzuborden und das mal zu zeigen. Gerade beim Management kommt sowas natürlich besser an. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass wir vollumfänglich eigentlich beraten können. Das bedeutet, du hattest jetzt den Jumpstart erklärt, er hilft eigentlich nur, das Tool und das Team einzuführen. Vielleicht muss aber vorher noch Arbeit gemacht werden. Das bedeutet, wir müssen vielleicht vorher Jira einführen oder Jira aufräumen, wie du schon gesagt hast, in dem Sinne, dass das Team überhaupt in der Lage ist für so eine Änderung. Viele Teams arbeiten vielleicht schon sehr, sehr lange damit. Das heißt, diese Change Management Komponente, wo wir uns auch reinfühlen können, ist für uns wahrscheinlich etwas einfacher als jetzt beispielsweise ein Kollege von Atlassian, der im Zweifelsfall vielleicht auch aus dem amerikanischen Raum kommt und vielleicht dann nicht versteht, warum hat man das so gemacht. Es gibt ja viele Sachen in Deutschland, die manchmal ein bisschen besonders sind, sagen wir es mal so. Und da sind wir, glaube ich, viel, viel näher beim Kunden und können auch viel mehr anbieten, sei es jetzt auch das Geld Agile-Beratung. Also wie sind die Prozesse? Ja, wobei ich natürlich sagen muss, wir als Atlassian, wir sind auch aktiv in Deutschland unterwegs. Der deutsche Markt braucht Atlassian-Produkte, der fragt sie nach in jeder Richtung. Wir haben mit dem TEM-Programm, Technical Account Manager, die wirklich in Deutschland sind, die auch Kunden on-site besuchen können, SAs. Wir haben da schon eine relativ gute Truppe aufgebaut. Nichtsdestotrotz, wir sind natürlich keine Coaching-Dienstleister. Wir machen keine Beratung an der Stelle. Das ist mit Sicherheit richtig. In dem ganzen Programm ist ja auch Atlassian mit involviert, das muss man da auch zu sagen. Ganz genau. Das bedeutet, wenn wir als Partner das machen, dann sind wir mehr oder minder ein verlängerter Arm mit den Vorteilen, die wir da mitbringen können. Aber nichtsdestotrotz fehlt uns jetzt auch nicht die Nähe zum Hersteller, also zu euch jetzt beispielsweise oder das spezielle Wissen jetzt über das Tool, weil das ist natürlich sehr, sehr komplex. Und wenn ein neues Feature baut, wisst ihr es ja natürlich am Ersten, wie das dann aussieht. Ja, und ich glaube, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung, wie das Zusammenspiel an dem Ende auch funktioniert. Ich glaube, als Kunde muss man sich vorstellen, man kommt aus einer Welt, wo man vielleicht nur Jira benutzt hat oder irgendein anderes Tool und die Teams haben das alle so ein bisschen selbst administriert und geht mit Jira allein in die Welt der Enterprise Agility, wo eine Tool-Unterstützung in irgendeiner Form auch etwas mehr Beratung, Implementierung, Unterstützung benötigt. Ich glaube, das müssen wir einfach mal ganz klar auch sagen. Ich mache immer gerne den Vergleich, wenn man ein Unternehmen startet, fängt man mit QuickBooks an und das kann man selber administrieren und da findet man alles online und kann bei Google gucken, wie das geht und das ist okay. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es QuickBooks einfach nicht mehr tut, wo es zu viele Standorte gibt und zu viele Länder, in denen man aktiv ist und einfach zu viele Bilanzrichtlinien, die zu berücksichtigen sind und die einfach mit QuickBooks ab einer bestimmten Größe nicht mehr so skalieren zum Beispiel. Kann QuickBooks jetzt hier für jedes andere Self-Service-Finanzprodukt natürlich substituieren. Also ich habe das selber in der einen oder anderen Unternehmensgründung benutzt und gute Ergebnisse damit gehabt. Irgendwann kommt der Punkt, wo man auf ein größeres Produkt umsteigen muss, weil einfach die Ausrichtung und die Konsolidierung nötig ist. Zum Beispiel SAP, Oracle Financials, da gibt es verschiedene große Produkte, die man machen kann und ich habe selten eine Implementierung in einem Unternehmen gesehen, wo so ein großes Produkt ohne Beratungsdienstleistung eingeführt worden ist und wo man das Selbstverständnis hatte zu sagen, das werden die Leute sich schon irgendwie beibringen und jeder kann die Rechnung schreiben, wie er will. Das funktioniert am Ende nicht. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Agilität jetzt unterbrechen damit und dass wir sagen, wir nehmen den Teams Freiheitsgrade, die notwendig sind, um gut agil arbeiten zu können. Das ist eindeutig nicht der Fall. Es macht sicherlich Sinn, wenn man ein Tool für so eine große Skalierung implementiert, das mit jemandem zu machen, der das schon mal gemacht hat. Definitiv. Und die eine oder andere Frage beantworten kann. Und da kommen viele Ansprechpartner für den Kunden rein. Da kommen Partner rein. Da kommen verschiedene Services von Atlassian, die sich im Prinzip kombinieren lassen mit dem Partner, wo wir dann gemeinsam auftreten als Partner und als Atlassian und unseren Kunden helfen, den größtmöglichen Wert aus dem Investment in so ein tolles Skalierungstool zu ziehen. Was man vielleicht da auch zur Klärung noch erwähnen muss, das Jumpstart ist ja eigentlich nur dafür da, um Jira allein einzuführen. Das bedeutet, Jira und die Anpassung, die wird oder kann so gesehen ganz klassisch von dem aktuellen Administrator gemacht werden. Also es ist jetzt nicht notwendig, dass wir das Jira anpassen. Da haben manche Kunden dann auch Angst. Oh, da spielt dann jemand rum, wir haben da sehr viel investiert. Das muss nicht. Aber du hattest es gerade so schön gesagt, wir wollen ja keinen Stopp in dem täglichen Betrieb haben, wenn wir das einführen. Das bedeutet aber, wir brauchen auf der einen Seite Ressourcen, um diesen Transition zu machen, die Schulung zu machen, die Anpassung zu machen. Das bedeutet, wir als Partner können da als verlängerter Arm nochmal reingehen und sagen, wir unterstützen euch dabei. Wir brauchen das jetzt nicht zu machen. Ihr könnt das selber machen, aber wenn ihr wollt, können wir euch da unterstützen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, den wir als Partner da mitbringen können, dass wir einfach sagen können, okay, ihr habt ein Daily Business, vielleicht können wir das machen und ihr könnt euch darauf konzentrieren. Oder wir machen das gesamte Allign-Programm und ihr könnt euer Daily Business machen. Also da haben wir natürlich volle Flexibilität als Partner, mit dem Kunden gemeinsam zu arbeiten. Absolut richtig. Und ihr könnt den Kunden auch helfen zu verstehen, welche Veränderungen vielleicht sinnvoll sind, wenn man Jira allein einführt in einem Jira und welche auch nicht. Und welche bleiben können. Da kann man ja ganz viel machen. Grundsätzlich, das sind glaube ich Bedenken, die wir häufig hören, dass Kunden sagen, hey, wenn wir jetzt mit Jira allein anfangen, was müssen wir denn alles im Jira ändern? Und da haben wir ja so viel gemacht, was du eben auch angesprochen hattest. Das heißt, ich würde es mal von der anderen Seite beleuchten wollen. Und zwar würde ich sagen, hey, wenn ich jetzt ein paar hundert Teams habe, die in verschiedenen Ländern arbeiten, dann wäre es doch cool, wenn die alle unter dem Wort Development dann dasselbe verstehen. Dann kann ich nämlich potenziell auch globale Teams miteinander kombinieren. Die können zusammen arbeiten und wissen dann auch, was an der Stelle gemeint ist. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, aus Toolgründen müssen wir hier etwas ändern, sondern es macht wirklich Sinn, wenn man eine skalierte, agile Entwicklung hat, dass es vielleicht auch ein gemeinsames Vokabular gibt in allen Organisationen, damit man irgendwann mal Plattform-Teams bauen kann. Und das ist ja letztlich das, wohin die skalierte Agilität geht. Also wir bauen Teams in vielen Ländern auf und wollen eigentlich, dass die Mitarbeiter dort sich jetzt nicht darum kümmern, ihr Jira noch zu warten und hier noch einen Workflow umzubauen, sondern da kann man denen Hilfe geben. Da macht Hilfe auch Sinn. Definitiv. Du hast es gerade so schön auch erwähnt. Das ist eine super Überleitung. Wenn du international arbeitest, dann sehen wir, dass es dann nicht eine Jira-Instanz gibt, sondern mehrere. Und mit dem Jumpstart-Programm haben wir jetzt ein Programm drin, aber wir wollen das ja wirklich, oder Jira-Align erlaubt es uns, das muss man ja eigentlich so definieren, dass wir das gesamte Unternehmen abbilden und das auch international, also mehrere Instanzen, mehrere Teams etc. Da gibt es auch ein Programm, das nennt sich Expand to Portfolio. Was darf man sich darunter vorstellen? Das ist die nächste Stufe. Wir arbeiten uns im Prinzip so ein bisschen durch die Ebenen durch. Ich hatte am Anfang erklärt, für den Jumpstart machen wir Programm. Programm ist so ein klassisches Wort, das wird auch in der Produktwelt häufig verwendet. Es sind mehrere Teams zusammengefasst. Im Scaled Agile ist das meistens ein Agile Release Train, der dahinter steht. Und darüber gibt es was, das solche mehreren Trains miteinander koordiniert. Und wenn man angefangen hat, zwei Trains zu haben, dann kann man das noch so machen. Das ist ähnlich wie zwei Teams. Wenn die agilen Leben dann daherarbeiten, dann lässt sich das noch durch Kommunikation koordinieren. Und wenn man dann den dritten Release Train drin hat oder das vierte Programm macht, dann wächst das Unternehmen an die Grenze, wo das eigentlich so nicht mehr koordinierbar ist und auch toolmäßig unterstützt werden muss. Und das ist eine ganz große Stärke von Jira-Align, dass man nach und nach die Dinge auch aktivieren kann, die man dann braucht, auch je nachdem, wo man in diesem Agile Journey ist. Und das expande Portfolio hilft dem Kunden dann, ein Portfolio aufzusetzen. Das heißt, die Fragen zu klären, wie will man eigentlich mit Investments umgehen und wie will man die auf verschiedene Release Trains verteilen und wie soll man die strategischen Themen des Unternehmens dort abbilden. Da gibt es ja viele Dinge, die findet man im Safe-Modell, im Portfolio-Bereich dort auch und die kann man dann entsprechend im Jira-Align aktivieren, konfigurieren und für das Unternehmen vorbereiten, dass die das nutzen kann. Ganz wichtiger nächster Schritt. Und ich glaube, das ist was, da sprechen wir häufig mit Kunden drüber, das werden wir auch häufig gefragt, wenn wir auf Veranstaltungen sind. Warum ist da nicht irgendwann Schluss? Also Tool ist da, es ist implementiert, warum können wir jetzt nicht damit arbeiten? Und es ist eben kein Tool zur Rechnungsschreibung, wo es aufhört, sondern das Unternehmen wächst weiter. Und es gibt zwei ganz wichtige Dimensionen in der Produktentwicklung. Die erste ist wirklich der Umfang und der Scope der agilen Transformation. Das heißt, wie viel Prozent unserer Mitarbeiter sind denn jetzt da drauf? Wie viele von den ganzen Programmen haben wir schon implementiert? Wie viele Portfolios sind drin? Das ist so die Größe und klar, Jumpstart gibt uns ein, vielleicht zwei Release-Trains, mit denen man starten kann. Das wächst irgendwann. Und die zweite Dimension ist der Reifegrad. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, hey, das Produktmanagement hat jetzt gut verstanden, wie ein Programmmanagement auf agile Weise funktioniert, wie agile Roadmaps funktionieren. Jetzt sollten wir uns unterhalten über Investment-Guide-Rails und sollten mal gucken, dass wir noch mehr Empowerment in die Produktebene geben. Wie macht man das im System? Und die Veränderung in diesen beiden Dimensionen führt immer dazu, dass das Tool weiter angepasst werden kann. Und dass man dann guckt, wie sich das Tool mit dem Unternehmen und mit dem Prozess weiterentwickelt. Es klingt jetzt so ein bisschen so, als wenn das so ein ewig langer Prozess wäre. Beispielsweise der Production Jumpstart, der geht bis zu 90 Tagen, Expand to Portfolio ähnlich. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir haben mehrere Teams, dann ist es natürlich ein ewig langer Prozess, rein hypothetisch. Aber das ist jetzt zum Beispiel auch so etwas, wo ein Partner dann helfen kann, weil wir müssen nicht das nacheinander sequentiell machen. Wir können natürlich auch sagen, pass auf, das ist ein Team, das ist ein zweites Team, ein drittes Team. Und wir können die gleichzeitig bearbeiten und natürlich da auch schneller drankommen, dass dann das gesamte Unternehmen in der Lage ist, dann Jira allein wirklich vollends zu nutzen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, den wir da machen können, dass wir nicht wirklich blockiert sind. Wir können an vielen Baustellen gleichzeitig arbeiten. Und da ist natürlich die Unterstützung mit einem Partner viel einfacher zu skalieren. Das ist richtig. Vor allen Dingen, weil Unternehmen dann zu bestimmten Phasen der Transformation auch massiv mehr Ressourcen brauchen, um die zu stemmen. Und da kann man sich überlegen, will man das permanent intern machen oder holt man dann Leute dazu, die eine Projektgruppe ergänzen, die sowas schon ein paar Mal gemacht haben. Das ist, glaube ich, ein ganz guter und bewusster Move. Die ewige Reise der Agilisierung kann man so, kann man so sehen. Also für mich ist wichtig, dass man sich als Unternehmen überlegt, wie so eine Enterprise Agile Transformation aussehen soll. Und dass man sich dieser Dimensionen Scope und Maturity bewusst ist. Und das kann man ganz bewusst managen. Das heißt, ich komme aus Unternehmen, wo wir so Transformationsfahrpläne gehabt haben. Würde man das auf Deutsch wahrscheinlich nennen. Es geht im Prinzip darum zu sagen, hey, wir machen jetzt mal einen ersten Wurf und bringen alle unsere Programme in das Tool rein. So, und dann fängt man an und baut, bis im ganzen Unternehmen die Agilität auf Programmebene so weit eingeführt ist, dass die eine Roadmap haben, dass die ein Programmingrement planen können, dass die Dependencies miteinander abgebildet sind. Und dass man vielleicht ein oder zwei Programmingrements mal forecastet, wenn ich das hier in Anführungszeichen setzen darf, mit einem flexiblen Roadmap agilen Plan drunter. Dann kann man als nächstes sagen, okay, wir arbeiten ganz gut so. Nächster Schritt wäre, Portfolio reinzubringen. Nächster Schritt wäre, noch das Investment Level, das Strategische obendrauf zu setzen. Dann habe ich erstmal so die Scope-Geschichte gut gebaut. Und die Schritte geht man nacheinander gleichzeitig, wie auch immer das Unternehmen imstande ist, das vom Change zu verkraften und mitzumachen. Und alles Weitere, was den Reifegrad betrifft, die Maturity, da kann man sich selber überlegen, wie man das implementiert. Das ist ja ein ständiger Verbesserungsprozess. Ich meine, wir müssen uns darüber im Klaren sein. Märkte ändern sich ständig, Produkte ändern sich, Kundenwünsche ändern sich. Unser Produkt selber, was man immer auch baut, ändert sich im Laufe der Zeit einfach dadurch, dass Technologien einen Lebenszyklus haben, der berücksichtigt werden muss. Und ich glaube, es wäre falsch zu sagen, wir lassen den Prozess und das Tool auf der Basis, dass alles geplant wird, immer gleich und akzeptieren Veränderungen in allen Dingen drumherum. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und von daher muss man die Punkte identifizieren, wo es Sinn macht, dann mal auf den Reifegrad zu gucken oder den Reifegrad intern auch zu messen. Die unterschiedlichen Methodiken bieten ja Hilfestellung dafür. Also es gibt ja auch so, ich glaube, das datiert auf SAVE 3.5 zurück, wo es diesen ersten Maturity-Ranking-Bogen gab, wo man mal selber gucken konnte, wie weit ist man eigentlich. Und ich kann die Kunden nur ermuntern, in ihrem Unternehmen mal zu gucken, was ist in unserem Werteschema agile Reife? Wie wollen wir die messen? Wo wollen wir hingehen? Und daran dann festzumachen, diesen Fahrplan und zu sagen, hey, wir würden gerne einen Reifegrad von erreichen bis zum Zeitpunkt irgendwas. Und dann kann die ganze Unternehmung darauf hinarbeiten und erfährt dann natürlich auch im Rahmen dieses Prozesses, hey, da unterstützt uns das Tool jetzt nicht mehr so gut, das müsste man jetzt anders machen, da können wir jetzt weitermachen. Und da gibt es ja super viele Features. Also Jira Align hat ja ganz, ganz viel, was da noch aktiviert werden kann, was man konfigurieren kann. Und dann kommt immer wieder der Punkt, wo man sagt, da gibt es doch bestimmt jemanden, der hat das schon mal gemacht. Und ja. Ja, da würde ich auch sagen, da ist natürlich noch mal ein Vorteil als Partner. Einerseits wisst du natürlich auch, wie die Kunden arbeiten und funktionieren alle Branchen durch. Aber ein Partner ist natürlich hands-on dabei und kann natürlich dann auch sagen, hey, das ist das Tool, aber das sind auch noch die Prozesse dahinter. Was wollte er erreichen? Also die Strategieberatung dahinter, die Alessian als Tool-Hersteller gar nicht so wahrnimmt, sondern das würde dann auch wieder eine Partnerarbeit sein. Und da können wir natürlich auch diese Best Practices aus anderen Unternehmen oder Branchen dann mit rannehmen, die wir vielleicht sogar schon im Vorfeld beraten haben und wissen, was diese Ziele da schon sind und nicht wieder von vorne anfangen müssen zu sagen, was macht er eigentlich, warum macht er das? Also diese Grundhinterfragung, warum das jetzt alles notwendig ist, die brauchen wir gar nicht mehr zu stellen, weil im Zweifelsfall kennen wir das schon schon. Und das ist natürlich auch etwas, wo wir als Partner wahrscheinlich viel, viel näher dran sein können als Alessian jetzt selber, wenn wir neu dazukommen. Ich denke, da gibt es eine ganze Menge von Rollen, die dem Kunden zur Verfügung stehen und Möglichkeiten, um erfolgreich mit Jira allein eine agile Enterprise-Transformation durchzuleben. Unterstützung ist dabei sehr hilfreich in jeglicher Form. Und ich glaube, da gibt es ein breites Portfolio. Das Atlassian Partner Network ist voller begeisterter Berater und Unternehmen, die helfen können, das Beste aus den Tools zu machen. Es gibt viele Services darüber hinaus von Atlassian selber, den Premier Support, das Technical Account Management Programm, wo man wirklich auch Ressourcen in Anspruch nehmen kann, die diesen agilen Transformationsprozess unterstützen. Aber ich glaube, die Unternehmen merken sehr wohl, dass die diesen Prozess brauchen, diese agile Transformation. Und dass die an den Punkt kommen, wo wir lassen die Teams mal arbeiten, wie sie wollen und gucken mal, was am Ende dabei rauskommt. Ein schwieriges Prozessvorgehen ist, um zum Beispiel große Plattformen zu bauen. Und das sind ja Dinge, an die wir immer mehr kommen. Ja, wir versuchen also bei unseren Kunden auch möglichst Druck aufzubauen. Also was wir jetzt beispielsweise sehen, ist, dass dann das Programm teilweise gemacht wird und dann heißt es, nee, wir haben gerade was, es ist was Wichtigeres dazwischengekommen, etc. Da versuchen wir natürlich dann durch die Leute auch zu sagen, pass auf, hey, ihr wollt das machen, das ist wichtig. Was können wir denn noch machen, um euch da wirklich zu helfen? Also wo können wir vielleicht noch unterstützen, was eigentlich gar nicht vorgesehen war, damit ihr das jetzt machen könnt? Weil das ist ja wie immer im Leben, plötzlich kommt etwas Unvorhergesehenes in einem Unternehmen und dann muss darauf reagiert werden. Und da können wir auch den Rücken frei halten. Das heißt, wenn da dieses Unvorhersehen kommt, können wir sagen, okay, was braucht ihr? Braucht ihr das und das? Dann besorgen wir das. Und da können wir natürlich auch nochmal unterstützen, dass das Unternehmen überhaupt in der Lage ist, diesen Change zu machen. Nicht nur das Tool einführen, sondern auch den kompletten Rücken da frei halten. Und das merke ich, dass das auch sehr gut beim Kunden angenommen wird, weil das ist etwas, was sehr, sehr hilfreich ist, dass die Leute sich fokussiert auf das Thema dann einlassen können und nicht irgendwie nur halbherzig dabei sind. Und dann ist das natürlich auch ein Riesenerfolg am Ende des Tages. Sehe ich ganz genauso. Also ich denke, dass die Enterprise Agility von Unternehmen die Zukunft betrifft. Wir bauen Produkte für unsere Zukunft. Das ist, was wir in der Softwareindustrie schon immer gemacht haben. Überall, wo Software gebaut wird, bauen wir Zukunft. Und das ist ein ganz tolles und spannendes Unterfangen. Und ich bin seit vielen Jahren super happy in der Software, in der Produktentwicklungsbranche, habe da unglaublich viel Spaß dran. Und so geht es unseren Kunden auch. Und die Herausforderungen dafür werden immer komplexer. Und das bedeutet, dass die Lösungen, um diese Herausforderungen zu managen und die Produktionsentwicklung, Produktentwicklung voranzutreiben, eben auch an Komplexität zunehmen werden. Und dafür braucht es Tools und dafür braucht es Partner und dafür braucht es Services, damit Kunden damit erfolgreich sein können. Definitiv. Also wir sehen, dass bei unseren Kunden traditionell Hardware-Hersteller, also ein Gerät jetzt klassischerweise, da ist kaum noch Innovation in der Mechanik. Das hat man erkannt, das funktioniert. Vielleicht gibt es mal ein neues Stoff, mit dem es effizienter oder besser geht. Aber viel mehr Musik ist in der Softwareentwicklung, das Smart Devices etc. Und da ist natürlich dann ein Riesenthema, das ist ein Riesenunternehmen. Da wird gerade neu alles aufgebaut mit viel Softwareentwicklung. Und da kann dann natürlich auch Jira-Align helfen, direkt am Anfang das skaliert aufzubauen. Und Jira-Align ist ja nicht nur fokussiert auf die Softwareentwicklung. Das heißt, auch der Hardware-Teil kann darüber auch gemanagt werden, um auf die aktuellen Marktsituationen einzugehen, die jetzt sehr viel flexibler ist als vielleicht vor zehn Jahren. Wenn der Kunde jetzt an Jira-Align interessiert ist, sagen wir ihm meistens, wende dich an den Partner. Was sagt ein Partner, wenn der Kunde sagt, ich möchte Jira-Align haben? Erstmal Hallo. Es kommt darauf an, in welchem Stadium der Kunde sich eigentlich befindet. Üblicherweise hat er schon ein Bild von Jira-Align, vielleicht was davon gehört. Aber wir versuchen ein bisschen früher anzufangen, zu gucken, wo steht das Unternehmen, was sind die Ziele etc. Nichtsdestotrotz, im ersten Moment versuchen wir die wichtigen Leute zu identifizieren beim Kunden, um dann mal Jira-Align komplett mal vorzustellen in der Demo. Aber basierend auf der Anfrage, also was wünscht ihr euch, was sind die Requirements oder die Probleme, die ihr gerade seht, dass wir eine maßgeschneiderte Demo vorstellen können, hey, so kann Jira-Align aussehen, so kann sich das benutzen. Danach, wenn das dann passt, das ist ja immer die Frage, erklären wir natürlich, wie läuft die Implementierung. Wir hatten es schon gesagt, Jumpstart, Expand to Portfolio etc. Das wird alles einmal erklärt, auch zugeschickt, dass der Kunde alles nochmal Revue passieren lassen kann. Und hat der Kunde Fragen, kann er so häufig, so oft wie möglich zu uns kommen und fragen. Also am Ende des Tages sind wir ja da, um ihn zu unterstützen. Und das machen wir da auch, so tief wie notwendig und so gut, wie es natürlich auch nur geht. Perfekt. Ja, prima, dass du da warst. Sehr gerne. Solltet ihr noch Fragen haben, ich beantworte sie gleich in der Q&A-Session. Wollt ihr eine Demo haben, kontaktiert uns einfach. Bis demnächst.